Jugendarbeit hat für mich einen sehr hohen Stellenwert. Wer die Jugend vernachlässigt, ist nicht zukunftsfähig. Als Landrat möchte ich daher sehr eng mit dem Kreis Jugendring zusammenarbeiten. Ich möchte auch jede Gelegenheit, die sich bietet, nutzen, um mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Denn nur so, also mit dem direkten Kontakt, ist es möglich zu erfahren, wo die Probleme liegen, wo der Schuh drückt, was die Jugendlichen bewegt. Ein sehr wichtiger und zentraler Punkt ist es dabei, dass wir attraktive Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen für die Jugendlichen. Und auch der Freizeitbereich darf natürlich nicht vernachlässigt werden. Das alles wird für mich ein sehr zentraler Punkt sein in meinen Zielen als Landrat.